Hi zusammen, wir sind Dan und Jule und wir stellen euch heute den Baerbo Country Parcours unter Gerstgras im Südtiroler Schnalztal vor. Für unsere heutige Parcours Runde haben wir euch die Pentalon Bögen Hopi und Creed mitgebracht und schießen dazu Pentalon Slimline Timberpfeile. Eure Parcours Tickets könnt ihr direkt vor Ort bezahlen oder online buchen unter www.berporn-products.com Nach einem kleinen Fußmarsch vom Parkplatz zum Parcours kann man auch direkt loslegen. Sämtliche 3D-Ziele fügen sich im Parcours unter Gerstgras optimal in das weltliche Naturbild ein. Und by the way, auf gutes Schuhwerk sollte man hier auf alle Fälle achten. Wie man unschwer erkennen kann, standen wir etwas im Regen, was dem Parcours aber keinen Abbruch getan hat. Ganz im Gegenteil, die ein oder andere gut simulierte Jagdsituation war durchaus drin. Der Parcours ist sehr gut strukturiert und führt im Rundweg perfekt von Station zu Station. Der Parcours-Country Parcours unter Gerstgras ist auf alle Fälle einen Besuch wert. Und wie man hier deutlich sieht, auch bei jedem Wetter. Viel Spaß und bis bald! Lasst die Pfeile fliegen! Euer Dan Und eure Jule Und wir sehen uns beim nächsten Mal.